Der Pharaonenhund oder auch Ferrohound ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse aus Malta. Der maltesische Name lautet Kelp-Talphinek. Standardgebendes Land ist Großbritannien, Herkunft und Geschichtliches. Der Name Pharaonenhund wurde ursprünglich als Sammelbezeichnung für alle windhundähnlichen, steorigen Jagdhunde vom Typ der Podenkusch verwendet. Seit 1977 wird dieser Name durch die FCI jedoch ausschließlich dem Kelp-Talphinek zugeordnet, einer Rasse, die 1960 von den Engländern auf Malta entdeckt wurde. Der maltesische Name Kelp-Talphinek spielt auf seine Verwendung zur Kaninchenjagd an. Zur Geschichte der Rasse, die auch dem Zirniko del Etna von der benachbarten Insel Sizilien innelt, gibt es unterschiedliche Theorien. Eine von vielen Liebhabern und Züchtern außerhalb Maltas vertretene Auffassung lautet, dass der Pharaonenhund schon eine lange Geschichte gehabt habe, ehe er auf der Insel Malta landete. Abbildungen von windhundähnlichen Hunden vom Typ des Thesem und des mit einem Hunde bzw. Schakalkopf dargestellten Totengottes Anobis in ägyptischen Grabkammern, aber auch 5000 Jahre alte Knochenfunde belegen, dass es Hunde dieses Typs schon während der Antike in Ägypten und im Nahen Osten gab. Könizische Händler und die Römer sollen für die Verbreitung dieser Hunde im ganzen Mittelmeergebiet verantwortlich sein und sie schließlich auch, auf die Inseln Malta und Gozo gebracht haben. Ein Einwand gegen diese Theorie lautet, dass die ersten Belege für die Existenz eines für die Kaninchenjagd verwendeten Jagdhundes auf Malta erst aus der Zeit des Malteser Ordens stammen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Rasse auf den relativ kleinen Inseln Malta und Gozo nicht hätte überleben können, wenn es nicht regelmäßig zur Einkreuzung anderer Hunderassen und damit zur Zufuhr neuen genetischen Materials gekommen wäre. Ein wissenschaftlicher Beweis für die direkte Abstammung des Cape Talfenec von dem rund 2500 Jahre früher ausgestorbenen Thesem ist damit kaum zu führen. Diese Zweifel werden durch die Ergebnisse einer Studie zum Genom des Haushundes erhärtet, die im Mai 2004 vom Freitasch-Insenkrebs-Forschungszentrum in Seattle veröffentlicht wurde. Dieser Untersuchung zufolge sollen der Pharaonenhund und der Podenko Ibichenko erst in geschichtlich jüngerer Zeit aus unterschiedlichen Rassen entstanden sein. In den letzten Jahren sind insbesondere in Malta Forderungen laut geworden, den und auch in den internationalen kynologischen Organisationen wie Z.B. der FCI als Cape Talfenec zu bezeichnen. Tatsächlich war die Rasse auf Malta bis zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung durch englische Hundezüchter ausschließlich unter diesen Namen bekannt. Und auch die Legende vom ägyptischen Ursprung ist erst im Verlaufe ihrer internationalen Verbreitung entstanden. Um Verwechslungen mit den bis 1977 ebenfalls als Pharaonenhund bezeichneten Podenkosch zu vermeiden, wird häufig auch in den deutschsprachigen Ländern die englische Rassebezeichnung Ferrohound gebraucht. Beschreibung Charakteristisch im Aussehen sind die auffällig großen Stehohren, die man auch bei den anderen mediterranen Jagdhunden vom Typ der Podenkosch findet. Die Widerrisshöhe beträgt bei Rüden zwischen 56 und 63,5 cm, bei Hündinnen zwischen 53 und 61 cm. Das rostbraune bis dunkelrostbraune Fell ist kurz und glänzend, von fein und dicht bis etwas harsch. Der Hund hat kein schwarzes Pigment D, Haar, Nase, Augenlider und Ohreninnenseiten sind Fleischfarben. Es sind nur wenige weiße Markierungen zulässig. Eine weiße Rutenspitze ist sehr erwünscht. Häufig sind auch ein weißer Brustfleck und weiß an den Zehen. Eine schmale weiße Blässe auf der Mittellinie des Gesichts wird toleriert. Die Schnauze ist geringfügig länger als der Hirnschädel. Die obere Begrenzungslinie des Schädels verläuft parallel zu der des Fangs. Der Kopf stellt sowohl von oben als auch von der Seite betrachtet einen stumpfen Keil dar. Die Ohren sind mittelhoch angesetzt. Sie werden bei Aufmerksamkeit aufgerichtet getragen. Dabei sind sie sehr beweglich. Am Ansatz breit sind sie groß und fein. Die Rute ist mittelhoch angesetzt, am Ansatz dick, sich zur Spitze verjüngend, in Ruhehaltung gerade bis unter das Sprunggelenk reichend. Wesen im Wesen ist er den Windhunden sehr ähnlich. Er ist sehr lebhaft und sensibel und benötigt viel Auslauf. Da er auf Malta auch als Wachhund eingesetzt wird, neigt er jedoch bei unbekannten Geräuschen zum Bellen. Eine gute Möglichkeit, um sein Bewegungsbedürfnis zu befriedigen, bildet die Teilnahme an Windhundrennen, insbesondere an Kursings. Verwendung Auf Malta und Gozo wird er meistens in Paaren oder in kleinen Gruppen zur nächtlichen Jagd auf Kaninchen eingesetzt. Die Hunde stöbern die in Steinwellen oder Felsspalten verborgenen Kaninchen mit ihrem Geruchssinn und ihrem feinen Gehör auf und zeigen dies dem. Jäger durchbellen und scharren an. Die Jäger decken das Versteck des Kaninchens dann mit einem Netz ab und setzen ein Frettchen ein, das das Kaninchen an die Oberfläche und damit in das Netz treibt. Wenn ein Kelbtalphinek ein Kaninchen im Freien aufstöbert, verfolgt er es mit einem charakteristischen, schrillen Bellen, das von den Maltesern Kuria genannt wird. Dadurch signalisiert er den anderen Hunden, sich an der Jagd zu beteiligen. Dieses Verhalten lässt sich auch bei Windhundrennen und Kursings beobachten, wo die Rasse zu den wenigen Hunden gehört, die während des Rennens bellen. Der Pharaonenhund gehört zu den Hunden, die mit weichem Maul jagen, das heißt, dass er die Beute Lehm zu seinem Herzchen bringen kann.